Hallo liebe Kinder, mein Name ist Markus Brüggen und ich bin Astronom an der Hamburger Sternwarte. Astronomen beschäftigen sich mit Sternen und das Universum ist voller Sterne. Ein Stern ist uns besonders nahe und das ist die Sonne. Jeder kennt die Sonne, selbst wir in Hamburg. Die Sonne ist sehr heiß im Zentrum und ich werde euch in der nächsten Vorlesung erzählen, was wir über die Sonne wissen, wie wir sogar in die Sonne hineinschauen können. Ich freue mich auf euch.